Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo und zwar geht es darum, dass der liebe Pancave die 1000 Abonnenten Marke geknackt hat und zu der Feier des Tages, also der Tag ist schon ein bisschen herum, aber egal, zur Feier des Tages streamt er heute um 19 Uhr schon, also jetzt im Anschluss gleich, also wenn ihr das Video seht, ist der Stream gerade online oder fängt gerade an, also auf jeden Fall reinschauen auf twitch.tv slash pancave, ich werde auch vielleicht irgendwie ein bisschen dabei sein, aber schaut auf jeden Fall mal rein, er wird ein bisschen was mit Redstone bauen und alles blibla blub und falls ihr hautnah dabei sein wollt und mitspielen wollt, geht auf den Minecraft-Server www.mod-com.de, steht aber alles nochmal im Stream oder in der Videobeschreibung oder whatever und ich hoffe ihr habt Spaß, vielleicht sehen wir uns ja dort, würde mich auf jeden Fall freuen und bis dann, ciao!